Cameron Diaz ist eine der heißesten Hauptdarstellerinnen in Hollywood. Aber sie gab zu, dass sie das ein oder andere unternommen hat, um ihr jugendliches Aussehen zu verlängern. Cameron sprach bereits zuvor über Botox, das sie sich hat spritzen lassen. Aber nun sagte sie, dass sie es bereut. Während die Schauspielerin mit Entertainment Tonight sprach, sagte sie, der Eingriff hat ihr Gesicht seltsam verändert. Sie sagte sogar, sie hätte lieber ihr gealtertes Gesicht, anstatt ein Gesicht, das nicht ihres ist. Die 41-Jährige sagte auch, dass sie ihre Lachfalten liebt. Sie sagte, es bedeutet wohl, dass sie viel in ihrem Leben gelacht hat. Cameron scheint das altern doch nicht so schlimm zu finden. Und mit ihrer natürlichen Schönheit ist das auch kein Wunder. In ihrem neuen Buch, Bodybook, spricht sie über Gesundheit und Schönheit. Und wir haben das Gefühl, sie weiß, von was sie spricht.